Willkommen auf der Arosa Flora. Die rote Rose in einem lächelnden Mund ist das Kennzeichen einer besonders stilvollen Flusskreuzfahrt. Erleben Sie die Schönheiten europäischer Flusslandschaften und entdecken Sie sehenswerte Städte. Zum Speisen stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung. Genießen Sie die ausgezeichnete Gastronomie im Markt- oder Café-Restaurant, in der Weinwirtschaft oder im Außenrestaurant. Gönnen Sie Ihrem Körper und Ihrer Seele wohltuende Anwendungen und setzen Sie Ihr Wohlfühlprogramm bei einer Massage im Whirlpool des Sonnendecks fort. Bei so herrlicher Aussicht trainiert es sich im Fitnessbereich besonders leicht. Während Sie von Hafen zu Hafen reisen, haben Sie viele Möglichkeiten, auf dem Sonnendeck aktiv zu sein. Wie wäre es mit einer Partie Shuffleboard oder Großschach? Auch ein Putting Green steht zur Verfügung. Geschmackvolle in freundlichen Farben eingerichtete Kabinen bieten Ihnen behaglichen Komfort auf Ihrer genussreichen Flussfahrt mit der Arosa Flora.